Diese geilen Gespräche, die wir während der ersten Staffel von Corona hatten, wenn du mit deinen Freunden im Auto saßt und bevor man losgefahren ist Okay, falls die Polizei kommt, wer ist mit wem? Das ist jetzt entscheiden und dabei bleiben Wir, nee, das glaubt uns keiner Dieses Bullshit, wer ist ein Haushalttheaterstück, was man da auf... Hat die Polizei das geglaubt? Gab's wirklich so Polizeikontrollen so Was ist mit den fünf Jungen zum Fußballtrikot? Nö, nö, die sind safe, polygame-Homo-Beziehung Wir haben komplett den Verstand verloren während Corona, ne? Wir wollten immer die Kontrolle haben, das erste, was das Gesundheitsamt bei uns in Köln gemacht hat Erstmal mit Flatterband ne Parkbank abgesperrt Das war das erst mal die, nö, hier geht keiner drauf, ne, hier, da Wir haben Corona, Leute So, das ist abgesperrt, so, jetzt geh ich mit 400 Fremden in den stickigen Keller Karneval feiern, los geht's